Der Flugschreiber ist weg. Keith. Keith hatte ihn. Alles war umsonst. Wir sind nicht tot. Naja. Na, das ist doch schon halt was. Sephora Actual, hier. Two-One, hören Sie mich. Was ist in der Gingway passiert? Actual, wir haben Keith verloren. Ich glaube, es ist etwas in seiner Brust explodiert. Ist Winter bei Ihnen? Ja, Sir. Haben Sie eine Idee zu der Explosion im Brustkorb? Unsere Sherians sind unterwegs zum Bodenunterstützung bei der Evakuierung zu geben. Das heißt, wir brauchen einen Landeplatz für etwa 80 Marines. Der Hangar ist unbrauchbar, aber im Frachtraum ist Platz. Verstanden. Unterwegs zum Laderaum. Two-One-Over. Irgendwas stimmt nicht. Mir nach. Das heißt, wir brauchen einen Schlagzeug zu machen. Sepharo Actual, hier ist eine Live-Übertragung. Das ist keine Technik von den Colonial Marines. Da steht Weyuu, Sir. Heilige Scheiße. Was? Laut Zeitstempel kam das nach dem Notruf von... Äh, wie war sein Name? Corporal Hicks. Actual, hier ist 2-1. Was halten Sie davon? Sir, ist sonst noch jemand auf dem Schiff? Ich lasse Bishop ein Signal an Weyuu senden. Wir haben keine Zeit, Detektiv zu spielen. Gehen Sie zum Frachtraum. Beide. Over. Mein Gott, wie sind sowas von am Arsch. Sepharo Actual, hier spricht Bella von Rhino-2-3. Hören Sie mich? Klar und deutlich, 2-3. Was ist Ihr Status? Ich bin aufgewacht und fast erstickt. Da war was Spinnartiges in meinem Gesicht. Es ist tot, Sir. Ich wurde von meiner Truppe getrennt. Wissen Sie was über meine Leute? Der Rest von 2-3 ist vermutlich tot. Tut mir leid. Rhino-2-1 ist unterwegs zum Frachtraum. Kennen Sie den Frachtraum erreichen, 2-3? Garment? Chris? Denken fällt gerade etwas schwer. Ich bin nicht sicher, wie ich dort hinkomme, Sir. Sie allein sind jetzt Rhino-2-3. Versuchen Sie es. Kommen Sie lebendig zurück. Ich chill over. O'Neill. Was ist los? Das klang wie Bella. Sie... Wir hatten was, okay? Was denn? Sex. Schluss jetzt, du Pfadfänger. Schöne... Schöne... Ötries. Schöne... Wir müssen auf das Gravitationsfeld! Damit kommen wir direkt zum Fahrtraum! Riechen durch die Schächte! Gah! Grr! Gah! 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 Fortschritte! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Da oben! Da kommt einer! Da oben! Da oben! Da oben! Da oben! Das ist unser Ausweg! Ich fahr auf Deckung, um dich aufzukriegen! Da oben! Damit kommen wir direkt zum Flachrauben! Alles klar, Leute! Erst in den Schaden gekocht! Das ist ein Wettbewerb. Sie sind in der Deckung. ARD Text im Auftrag von Funk